Atletico Madrid hat sich am sechsten Spieltag in La Liga durch ein 3 zu 0, 3 zu 0, gegen Aufsteiger Hüßke zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz hinter Barcelona und Real Madrid geschoben. Im Heimspiel machten die Kolchorneros bereits in der ersten Halbzeit mit ihren drei Toren durch Antoine Griezmann, Thomas Partey und Koke alles klar. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Spitzenreiter FC Barcelona muss am Mittwoch bei Leganes antreten, während auf Real Madrid das schwere Auswärtsspiel beim FC Sevilla wartet. Atletico Madrid, Hüßke 3 zu 0, 3 zu 0, Tore, 1 zu 0, Griezmann, 16. 2 zu 0, Patey, 29. 3 zu 0, Koke, 33. Espanol Aiba, 1 zu 0, 0 zu 0, Tor, 1 zu 0, Hermoso, 68. Real Sociedad, Rayo Vallecano, 2 zu 2, 1 zu 2, Tore, 1 zu 0, Bautista, 5. 1 zu 1, Adi Vincula, 31. 1 zu 2, Trio, 36. Elfmeter, 2 zu 2. Willian José, 78. Athletic Club, Villarreal, Mi, 20 Uhr, Leganes, Barcelona, Mi, 20 Uhr, Valencia, Celta Vigo, Mi, 22 Uhr, Sevilla, Real Madrid, Mi, 22 Uhr, Alaves, Getafe, Du, 20 Uhr, Real Valladolid, Levante, Du, 20 Uhr, Girona, Real Betis, Du, 22 Uhr. Willian José, 79.